Hallo Leute und willkommen zurück zu der Spreche! Ja, Tag 3! Ja, hier in Lister, bitte! Und ich habe euch den Brief letztes Mal vorgelesen, den ich für meinen Opa geschrieben habe. Shut up, Lister! Äh, ich mein ernsthaft, äh... Die Kleine soll mal ihr Maul halten. Mega Bücherregal! Verschiebung! Durch Telekinese! Nein, durch Mechanismus! Werte gedacht! Punkt, Punkt, Punkt! Da ist ein Tisch! Das sind Bilder! Da ist eine Leiter! Aber zuerst schaue ich, ob sie noch irgendwas geben! Lolo, Lolo, Lolo! Nein, da gibt es nichts mehr! Eine Leiter, wo ich für sie ihn frage ich mich! Los geht drauf, damit ich von unten aus auf den Höchsten sehen kann, er ist, äh... Nö! Sie lassen sich die Füßen sehen! Megatürplatte! Mega-Oben-Platten-Aufhebung! Da bin ich hier! Wo bin ich? Keine Ahnung! Ich bin wieder hier! 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 Noch nicht! Ich bin wieder hier! Ich bin wieder hier! Ahnung! Was ich das getan?! Das ist allesเรitungsangehörer? Do you want me to resurrect Lord Burroughs after 400 years? To unite us? And to enact the ritual of engagement with Alyssa's blood? Is that what you want? Do you truly want me to stab my dearest granddaughter in the chest? Well, that doesn't sound bad. Once the deed is done, I will be with Alyssa forever. Return to this earth, Lord Burroughs. Join with me, and we will complete the ritual of engagement. Enter my body, and let our flesh be fused! Aaaaahhh! Ah! Very strong! Grandpa! Ah! 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 Now you know everything, Elissa. The one who's after your heart is none other than your grandfather with the blessing of our own Lord Burroughs. Once we have your heart, the two of them will carry out the ritual of engagement and a new entity will be born. Thanks to you, our eyes will swell and prosper. Now, here, Alyssa, you wouldn't sacrifice the life of a friend to save yourself, now, would you? Chomp, 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 for the flame of every poor loser. Run! Ah, finish! I have to help him, because I can't help you, or else I can't help you. Sonst I can't... No, no, I can't tell you, I have to go back to the same way again. And go back to the same way. How is that going? I have to go back to the same way again. I have to go back to the same way again. I have to go back to the same way again. I have to go back to the same way again. go back to the same way again. The same way again again. wo ich von weasley mega feilmodus mega feil und bogen modus mal schauen ob sie wirklich so leicht sind wie gesagt wurde mit frei schließlich wenn ich mich richtig erinnern ja auch wieder feilen modus einfach mal drauf wo ich bin beide gleichzeitig kämpfen muss dürfte das nicht als sehr süßer moment opferd was nur 22 you fail du bist schlecht mann ist schlecht ich habe die wenig energie die nur hat schnell aber wo schieße ich hin ja ja falsche richtung mega falsche richtung schießen holo da kommt ja holo da kommt ja ok momen mann den jaft mit ihrer rumteleportiererei da bist du holo 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 ich habe zu spät gemerkt was so es war laufbelister mann was bei der andere hat sie sich geht halt nicht das war schön für dich aber da kommt sie ab waa 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 ouch fail das scheiß zornado nicht gut nein falsche richter waa nein nein nicht gut nicht gut wo schief nein 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 Nein! Nein! Okay, das hier ist mein Nippsplatz. Nein, ich bin zu plötzlich zu zielen. Von wo kommt sie? Von wo kommt sie? Von wo kommt sie? Ah, da. Ja, der Preis. Ähm, ja. Moment, da wo ich schätze. Ich bleibe es natürlich nicht. Bombs! Und, raus kommen wir. Ich bin zufrieden. So, das war mit dieser Mom-Man. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Nein, nicht von Wisley! Ich bin zufrieden. Ich habe mich nicht mehr aus. Ich bin zufrieden. 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 Hier, friss den! Autsch! Was zur Hölle?! Ja, friss den! Oh, der war nicht gut! Nein, der war nicht gut! Der Haufen ist da! Autsch! 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 Das war... Das war schlecht! Das war scheiße! Autsch! Das ist schlecht! Okay, okay, weit weg, weit weg, weit weg! Ich denke, das darfst du reißen! Komm her! Komm her, Tupi! BAH! Da haben wir uns jetzt nicht gerechnet! BABY! BABY! Prüß den Prüß den Prüß den Komm her Ich hab auch ein Stich Prüß den Nö Ich hab keinen Bock drauf Ich geh ihn zu lassen Ja ich will dich auch Nö Einfach drauf los Ich bin ein guter Spieler Nö Nö Prüß den Mega-Pile-Modus mit Lays-Hohr Mal schauen, ob ihn der Laser tötet! Nein! Den haben wir ja immer gebraucht! Zu tot! Ne, er lebt noch! Friss den! Ach man, friss einfach den! Autsch! Nein! Nicht gut! Autsch! Warum hat er von 2? Geh, Moment! Ja, ich bin tot! Jetzt! Tot! Alissa, 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 Alissa! 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 Dankeschön. Aber du, der mich zu retten. Es ist etwas Besonderes. Du hast all die Vorbereitungen verletzt. Du denkst, dass du so clever bist. Aber du musst mich trotzdem retten. Wenn du möchtest, dann kommst du auf der Klocktower. Ich warte! Grandfather! Grandfather? Die Real Identität der Dark Man. Das ist mein Grandfather. Ich muss nachdenken, Dennis. Du bleibst hier. Warte, Alyssa! Du bist nicht wie eine Frau. Ich bin hier der Mann. Dennis, du kannst du ein Mann sein, aber du bist nicht ein Ruder. Ich bin. Hey! Du bleibst mich, Alyssa! Ja, genau. Das wollte ich gerade fragen. Darf ich vielleicht speichern? Da darf es. Und damit wird auch, wenn wir auch den Hardwörter. Und beim nächsten Mal gibt es vielleicht schon das Final. Mal schauen, dass ich jetzt so viel war heute durchspielt. Wenn es nicht mehr zu lange dauert. Ich hoffe, dass es nicht mehr zu lange dauert. Aber... Okay. Mega... 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 Okay, Leute. Beim nächsten Mal jetzt weiter wir stürmen den Glockenturm. Und... 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 Haben unseren Großvater eine gehörige in die Fresse. Also, Leute, bis dann und... Ciao! Und dann geht's halt kurz... Vielen Dank.